Heute werden wir mit dem krassen auto die schnellsten in ganz roblox werden schaut mal hier vorne können wir direkt auswählen was für ein auto wir wählen wollen was ist das coolste rot ist zwar cool aber ich mag die farbe rot nicht gelb ist auch cool aber bei dem mixfarbe ist blau deswegen muss ich das wählen aber es sieht irgendwie nicht am kurzen aus egal ich will jetzt aus und boom okay sieht gar nicht mal so schlecht aus und jetzt mal schauen ob wir schon richtig schnell damit sind müssen jetzt hier an die startlinie und richtig schnell werden wir wollen gerade einfach eiskalt komplett überholt ist das dein ernst junge ist das dein alter wie schnell überholt er mich bitte sehr was junge junge jungen der ist viel zu schnell für mich ach wisst ihr was freunde ich werde einfach durchziehen kommt schon ich muss einfach durchziehen vielleicht schaffe ich ja irgendwie ein bisschen siegel zu farmen leute und mein auto abzugraden und dann werde ich irgendwann auch so schnell wie der typ hier vorne nee das macht auch keinen sinn leute hier weiter zu fahren ganz ehrlich ich gehe wieder nach hause so zack ich teleportiere mich nach hause freunde ich muss irgendwie schneller werden wie wäre ich schneller so dass ich auch so krank so krank bin wie der hier hat einfach hier drei haustiere auch okay ich hab's vielleicht kaufen wir uns haustiere so zack oh stimmt wir haben gar keine siege womit soll wie haustiere kaufen wir haben gar keine sterne gefarmt kostenloses haustierpack lol wir müssen 35 minuten dafür spielen okay dann lass uns 35 minuten warten dann kriegen wir kostenloses haustierpack aber müssen jetzt auch schon mal stärker werden vielleicht können wir hier vorne ja wir können glücksrad drehen let's go leute und was bekommen wir raus und ich habe einen wind boost bekommen dann rüsten wir auch direkt aus freunde oh was das denn pause ich glaube jetzt können wir schneller werden jetzt können wir schneller werden und klicken leute klicken boom guck mal hier guck mal hier wie schnell wir werden freunde wir können jetzt klicken 15 sekunden noch oder sammeln wir einfach energie freunde und mit energie können wir unser auto schneller machen neue leute zack 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 irgendwie finde ich komisch sollte unser auto kann einfach hüpfen lol zack und wie viel energie haben wir gesammelt oh 127 ok jetzt auf die plätze fertig los oh guck mal jetzt sind wir schon viel schneller haha wir sind auch schneller als der hier hinter uns der komplett verkackt leute fährt einfach schief jungen kann er nicht fahren warum fährt er schief was ist los mit dem hast du keinen führerschein ich habe auch keinen führerschein egal jo let's go und da vorne kriegen wir schon unseren ersten sieg dann kaufen wir uns gleich auf jeden fall ein op pad also mit einem sie können wir noch nicht so viel kaufen aber wir werden schneller freunde schaut euch das mal an oh jetzt haben wir einfach schon 200 boost und 300 boost alter wir werden immer schneller freude und jetzt haben wir auch schon sechs siege und wir brauchen 25 siege um das erste haustier zu kaufen da würde ich sagen wir noch eine minute zeit um ganz ganz viele siege zu fahren jetzt haben wir noch mal 15 plus bekommt schon 16 stück das heißt wir haben gleich schon das erste haustier sehr gut leute sehr gut aber wir kommen gar nicht weit ich glaube die anderen sind viel weiter als wir let's go leute alter wie schnell war der denn was was alter war der schnell junge war der stellen leute oh man okay freude solange wir fahren und hier schon 36 siege haben würde ich sagen schaut mal was hier vorne ist leute das ist das neue merch leute guck mal wie cool das sein wird das kommt am 1.12 um 17 uhr raus von mir und zum lucky ich finde das design einfach babamäßig leute gönnt euch falls ihr wollt zu weihnachten könnt ihr euch das kaufen ich finde es wirklich richtig geil ich habe echt lange daran gearbeitet und guck mal wie cool das aussieht let's go 50 siege plus bekommen fast alter mega leute let's go wir werden echt die schnellsten wir echt die schnellsten 86 haben wir jetzt schon damit können wir gleich richtig viele haustiere kaufen und die haustiere werden uns wahrscheinlich dann so ein boost geben somit damit die schneller werden freude und können wir auch ein krasseres auto kaufen ja können wir was aber das kostet einfach robux fast no no way alter junge es kostet einfach robux junge okay denkt ihr ich sollte mir vielleicht so ein premium auto kaufen boah okay die zeit ist abgelaufen wir haben 86 siege gefarmt dass wir schauen was wir damit machen können oh ja genau wir können haustiere kaufen da lass uns mal hier vorne was geht jetzt ab jetzt ab hier lasst uns dieses haustier kaufen leute für 25 wir kaufen uns direkt hier ein ein stück boom bitte was gutes kommt aus dem ei raus wir öffnen jetzt einen hund haben wir bekommen sieht aber nicht aus wie ein hund egal wir rüsten ihn aus oder gibt 100 plus leute oder ich muss schnell klicken hier vergessen zu klicken nein 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 ganz und gar nicht gut jetzt habe ich vergessen die runde zu klicken das ganze gar nicht gut egal wir holen uns noch mehr haustiere so zack ok und wir bekommen eine katze die katze bekommen wir können wir noch einmal aber wir können noch einmal ziehen ok das soll man direkt ziehen und jetzt würde ich sagen fahren wir direkt los mit den haustieren wir rüsten die noch schnell aus so zack am besten ausrüsten jetzt habe ich hier drei haustiere hinter uns ich hoffe die geben uns einen boost wahrscheinlich geben wir uns einen boost beim klicken aber schaut mal wir sind schon viel schneller als davor let's go leute und jetzt fahren wir wieder ein paar siege und in der nächsten runde da holen wir uns ein richtig krasses auto für richtig viele robux freunde let's go oder ich frage mich wie wir hier diese autos überhaupt freischalten können weil da ist halt so ein Schloss leute was wir noch nicht geöffnet haben ist halt echt die frage wie wir dort autos freischalten können keine ahnung können wir vielleicht hier können wir einfach galaxy hexagon kaufen richtig krasses haustier hier was können wir noch kaufen im shop nichts krasses leute eigentlich hier vorne sehen wir sogar unsere statistiken leute und wir haben jetzt in high school runter von 1026 metern denkt ihr wie wir schaffen diese runde mehr als tausend meter ey das wäre schon krass leute und ich glaube ich weiß sogar jetzt wie man die haust die autos freischaltet nämlich warum sind wir so langsam leute alter warum sind wir so langsam ich komme mir so langsam vor hä was zum geiler leute oh guck mal hier unten sieht man sogar wie weit wir sind okay wir sind oh wir sind gar nicht so langsam wir sind schon in der roten welt seht ihr das aber guck mal wie schnell der da unten ist wenn ihr ganz unten hinschaut schaut mal dorthin leute kommen wir suchen jetzt mal an leute schaut mal da vorne der typ ist einfach viel schneller als wir guck mal hier und wir werden immer langsamer weil die leute immer 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 länger werden und der typ hier ist einfach schon komplett durch und wir sind erst beim sechsten level leute guck mal 1 2 3 4 5 level gibt es und wir fahren gar nicht mehr und die zeit ist vorbei leute so zack wer mir ist wieder zurück teleportiert und das ist unsere chans aus dem sit 97 Siegen. Hier vorne ein neues Haustier zu kaufen. Bitte was Gutes. Und jetzt müssen wir schnell tippen. Nein, nein, wir müssen schnell tippen, Leute. Okay, wir haben einen Fuchs bekommen. Einen Fuchs, Leute. Und jetzt tippen, 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 tippen. Okay, warte. Ich rüste das Haustier aus, den Fuchs. Oh, da gibt es richtig viel Plus. 500 Plus gibt er. Zack, 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 zack. Oh, wir tippen richtig schnell. Wir tippen richtig schnell. Okay, können wir vielleicht, haben wir nur unseren Highscore gebrochen? Nee, noch nicht. Egal. Zack, Juggi, guck mal, wie schnell wir sind. Jo. Alter, Juggi, 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 Juggi. Juggi, guck mal, jetzt sind wir schon im vierten Level so schnell. Eben haben wir es richtig langsam geschafft. Ah, okay, jetzt werden wir aber wieder langsam, aber die Länge, äh, weil die Level wieder viel, viel länger werden. Aber egal, Freunde, wir sind schneller als davor. Schon 38 Siege gesammelt. 38 Sterne gesammelt. Let's go, Leute. So, dann lasst mal schauen, Freunde, ob wir den Wiedergebot machen können. Eine Wiedergebot für 1000, für 10.000 Gewinne. Was? Anscheinend können wir unser nächstes Auto erst bei 10.000 Gewinnen einlösen, aber wisst ihr was, Freunde? Wir holen uns das Premium-Auto. Hier, 4000 Robux, einfach Lamborghini, Leute. Boom, let's go, Leute. Nimm Bugatti. Lasst alle Like da und ein Abo, falls wir uns den Bugatti Chiron kaufen sollen, Leute. Chiron. Lasst alle Like da und ein Abo in 3 Sekunden. 3, 2, 1. Let's go. Wir kaufen uns den Bugatti Chiron, Leute. Junge, mal schauen, ob der richtig krass ist. Junge, ich hab den gekauft und ich kann ausrüsten. Okay, let's go. Jetzt haben wir ihn. Yo! Was? Alter, ich merke direkt, wie viel schneller ich bin. Ich merke direkt, wie viel schneller ich bin. Guck mal, welches Level sind wir gekommen? Hier unten. Schaut mal nochmal da hin. Einmal komm mal hier nochmal ran, zoomen, Leute. Und mal schauen, wenn wir genau schauen, wir sind jetzt Level 5, 6, 7, 8 gekommen. So weit waren wir eben noch nicht. Und wir haben noch 8, 7, nee, wir haben noch 25 Sekunden. Und mal schauen, ob wir es noch schaffen in Level 9, Leute. Ja, ich glaube, wir schaffen es, Leute. Ich glaube, wir schaffen eine Umrundung komplett rüber. Oh, der ist viel schneller als wir. Wir müssen heute der Schnellste werden aus der ganzen Lobby, Leute. Aus der ganzen Obby. Und wir haben es geschafft, Freunde. Jetzt müssen wir nur noch das letzte Level machen. Aber, oh nein. Level 9 ist richtig lange. Level 9 ist richtig lange, Leute. Aber wir haben 800 Siege gesammelt. Und ihr wisst, was das heißt. Gleich werden wir mit diesem Auto noch viel, viel schneller. Einfach einen Bugatti, Leute. Was? Was, Junge? Hätte ich den mal in Real Life, Leute, ne? Okay, wir haben kurz Pause. Das heißt, unsere Chance. Bam. Hausstie kaufen. Schnell, schnell, schnell. Ich muss mich beeilen, Leute. Damit ich gleich direkt anfangen kann zu klicken. Okay, wir rissen das Hausstie direkt aus. Zack. 1000 gibt es Plus. Jetzt schnell klicken, Leute. Oh, guck mal, wie viel Plus bekommt. Was? Fast 21 plus Energie pro Klick, Leute. Bum, 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 bum. Junge, was, Leute? Einfach 18.000 Energie, Junge. Was zum Geier, Leute. Junge, ich glaube, damit sind wir ja immer richtig schnell, oder nicht? Und, let's go. Lass mal schauen, wie schnell wir jetzt sind. Ob wir die schnellsten aus den Lobbys. Jo, wir überholen alle. Wir sind erster Platz, Leute. Schaut mal hier vorne. Junge, nicht mal der eine, der eben noch so schnell war, kann mit uns mithalten. Wir sind einfach die schnellsten aus der ganzen Obby. Wir sind die schnellsten aus der ganzen Obby. Was? Oh, nee, der hat uns überholt. Hä? Wird der uns überholt? Alter, egal. Nächste Runde werden wir noch schneller als der. Guck mal, wie schnell wir jetzt sind. Wir holen uns gleich noch krassere Haustiere. Und dann, dann war das mit ihm, Leute. Den nehmen wir gleich komplett hops, Junge. Junge, der ist zwar jetzt noch schneller, aber gleich nehmen wir den hops. Gleich nehmen wir den hops. Alter, komm mal. Denkt ihr, wir schaffen jetzt eine Umrundung? Oh, okay. Wir sind wieder ein bisschen langsamer geworden. Ah, es geht, Leute. Es geht klar, Leute. Mal schauen, ob wir es schaffen werden. Mal schauen, ob wir es schaffen werden. Ich hoffe schon. Ich hoffe schon. Wir sind jetzt Level 9, Freunde. Und fast. Wir haben, glaube ich, sogar unseren Highscore gebrochen. Ja, unser Highscore ist jetzt bei 19.000 Metern. In ein paar Sekunden, Leute. In der Zahl, also, warte mal. Und Gesamtsiege sind 2.000. Okay, krass. Wir haben bisher 5 Eier geöffnet. Oh, wir haben Level 10 erreicht. Let's go. Let's go, Level 10 erreicht. Und der Typ hier wird auch gefühlt immer schneller, ne? Guck mal, der hier. Alter, den müssen wir gleich noch aufholen. Der kann sich auf was gefasst machen, Freunde. Den nehmen wir gleich komplett hops. Warte ab, Kollege Schnürschut. Nee, der hat uns wieder überholt. Nein, ganz und gar nicht gut. Denkt ihr, wir schaffen es bis zum Schuss dort vorne? Bis zum Ziel in 40 Sekunden? Denkt ihr, wir schaffen es bis zum Ziel? Das wäre das erste Mal, dass wir es bis zum Ziel schaffen, Leute. Mit unserem Bugatti. Der ist so schnell, Junge. Let's go. Ey, bitte schaffen wir es bis zum Ziel. Wir haben noch 35 Sekunden. Bitte, 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 bitte. Bitte, Leute. Okay, ich muss einfach weiterfahren. So, können wir irgendwie schneller werden, damit wir es schaffen, Freunde. Noch 25 Sekunden. Nicht mehr lange, Leute. Unser Highscore. Wir brechen in die Gaseit schon 20 Tauren Metern. Okay, bitte, bitte. Leute, komm schon. Tausend. Wir kriegen einfach tausend Sterne, wenn wir da ankommen. Was? Let's go. Komm schon. Und. Und. Ja, wir haben es geschafft, Freunde. Let's go. Okay, jetzt gehe ich zurück, Leute. Noch eine Runde fahre ich jetzt nicht. Oh, Junge. Alter, Alter. Alter. Wie schnell bin ich denn? Junge, Junge. Über drei. Äh, äh, äh. Junge, was ist denn jetzt passiert, Leute? Okay, wir werden zurück teleportiert. So, zack. Jetzt mache ich aus. Jetzt holen wir uns ganz, ganz schnell die besten Eier. Hier vorne. Wir holen direkt drei von hier. Nee, können wir gar nicht. Nein, wir müssen tippen. Wir müssen tippen. Nein. Nein. Tippen, 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 tipp, 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 tipp. Tipp, Leute. Okay, Haus, die ausrüsten. Am besten ausrüsten. Zack. Und jetzt tippen. Jetzt tippen. Jetzt werden wir schneller als der eine Typ hier vorne. Jetzt holen wir den auf, Leute. Let's go. 30.000. 30.000. Komm schon. Oh. Oh. 30.000. Energie, Leute. Mal schauen, ob wir jetzt nicht schnell sind. Gucken wir mit Abstand das krasseste Auto von den alten, Leute. Guck mal, wir sind die schnellsten. Let's go, Zoe. Der eine Typ ist auch wieder hinter uns, aber denkt ihr, der wird uns überholen? Ich hoffe nicht, Leute. Ich hoffe ehrlich gesagt nicht, aber ich glaube schon. Wir müssen noch schneller werden, falls wir stärker werden wollen als der hier. Nein, er hat uns wieder überholt. Nein. Aber, Freunde, wir werden jetzt wieder richtig viele Siege fahren. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder. Oh, wir haben jetzt einfach schon Level 10 erreicht. Guck mal, wie krass das ist. Und schon 5000 Siege. Und Leute, wisst ihr was? Ich habe mir einfach gedacht, damit wir wirklich die schnellsten werden, werden wir jetzt eine Sache kaufen. Ah, tja, mein Lieber, ne? Damit hast du nicht gerechnet. Jetzt werden wir nächste Runde schneller als du sein. Wir kaufen uns nämlich jetzt ein Galaxy. Richtiges OP-Pad für 200 Robots. Mal schauen, wie krass das ist. Bam, wir haben es gekauft, Freunde. Okay, let's go. Jetzt schauen wir mal, Haustiere, ob wir es haben. 3.999 Energie plus. Was? Junge, das ist ja mal richtig krass, Leute. Let's go. Das rüsten wir direkt aus, Freunde. Das rüsten wir direkt aus. Boom. Am besten ausrüsten. Jetzt haben wir es direkt ausgerüstet, Leute. Und jetzt werden wir gleich mit diesem. Oha. Warum sind wir so schnell, Leute? Wir sind mit dem Pad. Junge, das Pad gibt uns ja mal richtig viel plus. Guck mal, wie schnell wir jetzt geworden sind. Wir sind einfach schneller als der andere Typ. Alter, Pads sind so OP, Leute. Pads sind so OP. Okay, let's go. Guck mal, wie schnell wir geworden sind. Was? Junge, wir müssen gleich unbedingt noch eine Runde machen. Wir müssen gleich unbedingt noch eine Runde machen. Ey, ich bin echt gespannt, wie schnell wir gleich sein werden, Freunde. Wir machen jetzt einfach schon die zweite Umrundung innerhalb von zwei Minuten. Das ist so krass, Leute. Und das ist alles wegen unserem Auto. Und wegen diesem OP-Pad. Lass uns das mal anschauen, wie cool das aussieht. Galaxy Hexagon. Boah, merkt euch. Das ist krass, Freunde. Okay. Ich mache jetzt mal Auto-Run aus. Jetzt werden wir zurück teleportiert, Leute. So. Let's go. Und jetzt haben wir Zeit, um hier vorne sogar für 5000 ein Ei zu öffnen. Komm schon bitte, bitte schnell, schnell, schnell. Das rüsten wir direkt aus. Und? Ausrüsten. Und jetzt? Trainiere, Leute. Let's go. 82 plus. Alter, jetzt werden wir richtig schnell. Jetzt werden wir richtig schnell. Guck mal, wie. 82 plus pro Klick. Let's go, let's go, let's go. Noch 10 Sekunden. Okay. Ich sehe gerade unten, Freunde. Einfach 90.000 Energie. 90.000 Energie erreichen wir noch. Bitte, bitte, bitte. Bitte, bitte, bitte. 90.000 Energie. Und? 87.000. Was? Was? 87.000? Okay, lass uns recht starten. Und? Let's go. Jetzt sind wir schnellst du mit Abstand, Jogi. Jetzt habt ihr aber keinen Schatz. Jetzt sind wir so schnell, Alter. Jetzt sind wir so schnell. Und ich habe gerade das Haustier, was wir uns gekauft haben. War gar nicht so krass. Denn wenn wir jetzt mal hier reinschauen. Guck mal hier, das haben wir gerade gezogen. Und das ist einfach fast so krass wie das hier. Wir haben einfach 200 Robots gerade eigentlich von unbedingt ausgegeben. Aber wir sind halt einfach viel schneller als die anderen jetzt. Guck mal hier. Let's go, Alter. Wie schnell wir Level 10 erreicht haben. Keiner ist so krass wie wir. Keiner. Wir sind jetzt mit Abstand die krassesten Leute mit unseren Bugatti, Freunde. Let's go, Alter. Und jetzt haben wir auch gleich nochmal 10.000 Siege gefahrt. Und ich würde sagen, mit den 10.000 Siegen können wir gleich nochmal ein richtig gutes Pad kaufen. Okay, ich glaube, man braucht sogar eigentlich 50.000 Siege. Denkt ihr, wir schaffen 50.000 Sterne diese Runde? Schaffen wir einen neuen Highscore? 100%, oder? Ja, neuer Highscore, Junge. 90.000 Meter. Der geht auch immer weiter höher, ne? Krass, Alter. Let's go, Leute. Und man merkt voll, man wird einfach pro Runde schneller, Leute. Guck mal, hier, boom. Noch schneller. Noch schneller. Und. Ja, okay, jetzt werden wir wieder langsam. Egal, Freunde. Wie ich hoffe, wir können gleich noch ein richtig krasses Haustier ziehen. Das machen wir gleich auch. Und dann machen wir noch eine Runde. Und mal schauen, wie schnell wir dann final sind, Freunde. Aktiviert jetzt alle nochmal die Glocke, falls ihr das nicht verpassen wollt. Schnell. Und tippen. Let's go. Guck mal, wie viel wir plus bekommen. 174. Zack, 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 zack. Wir wollen jetzt noch einmal 50.000 sparen, Leute. Das machen wir jetzt auch gleich. Und dann wollen wir schauen, was wir für ein Haustier aus diesem krassen letzten Ei rausbekommen, Leute. Guck mal hier vorne. Alter, das ist das krasseste Ei für 50.000. Das wollen wir noch öffnen heute, Freunde. Mal schauen, was wir da rausbekommen. Man kann sogar in eine neue Welt gehen. Was? Let's go. Mal schauen, wie schnell wir sind. Boah. Was? 50.000. Jetzt kaufen wir uns das krasseste Ei. Boom. Let's go. Komm schon, was kommt da raus? Was kommt da raus, Leute? Oh, die. Gelingelich. Okay, das war das Schlechteste, was wir bekommen konnten. Aber mal schauen, wie krass das ist. Und es gibt 12.000. Was? Okay, mal schauen, wie viel wir jetzt bekommen, wenn wir tippen. Junge, was? Das gibt es aber so viel. Bloß 196.000 haben wir jetzt einfach durch dieses Pad bekommen. Alter. Okay, jetzt bin ich echt gespannt, wie schnell wir jetzt sein können. Junge Pads sind so OP, Leute. Okay. Boom. Let's go. Und. Boah. Alter, wir düsen durch. Wir düsen komplett durch. Alter. Oh, hä? Die sind auch voll schnell. Junge, die sind auch voll schnell. Das ist einfach fast schneller als ich. Freunde, wir sind hier gerade in einer Car... Oh, bin ich gerade ernsthaft gecrasht? Oh nein, ich wollte gerade mal Intro machen oder crash hier einfach. Also, Freunde, wir sind hier gerade in einer Car-Obby in Roblox. Und wir rasieren hier alles. Schaut euch das mal an, wie wir hier roomcruisen. Let's go. Driften, driften, driften. Und springen. Was? Man kann einfach springen mit dem Auto. Ey, Freunde, ich möchte heute in den Rekord knacken und super schnell ins Ziel kommen. Und vorne steht die Zeit. Die fängt jetzt an. Let's go. Wow, die Zeit fängt an. Wir sind gerade bei drei Sekunden und schon beim ersten Level fertig. Let's go. Guck mal hier. Voll easy, Junge. Ich schaff alles. Bam, 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 bam. Wir werden heute super schnell. Wir werden Max-Speed erreichen. Vertraut mir, Freunde. Zack, zack, zack. Ey. Oh nein. Oh, oh. Okay. Warte, wir müssen aufpassen hier vorne. Man fällt hier richtig leicht um. Und wenn wir runterfallen, haben wir verloren, Freunde. Okay. Hier, etwas langsamer. So, zack, aber wir haben das dritte Level auch erreicht. Easy peasy, Freunde. Und hier den Stunt mit dem. Wow. Oha. Oha. Okay, wir müssen bis zum Schluss kommen. Wahrscheinlich hat dieses Level hier 100. Ja, es geht bis Level 100. Es geht bis Level 100, Freunde. Und wir sind erst bei 5. Was? Das kann doch... Oh. Was ist das denn? Oha. Ey. Ey, das möchte ich haben. Was? 400 Robux? So viele habe ich ja nicht mal. Leute, stimmt. Wir müssen uns ein besseres Auto kaufen. Das dürfen wir doch nicht auf uns sitzen lassen. Schaut mal, wie wir aussehen, Freunde. Wir haben so ein hässliches... Hier ein gelbes Car, Junge. Das ist voll hässlich. Warte mal. Sollen wir uns VIP holen? Ey, ich hole mir VIP, Junge. Boah, es kostet 400. Und dann kriegen wir hier einfach so ein Lamborghini. Ey, aber eigentlich will ich dieses blaue Auto hier. Das ist noch krasser. Ah, wir können das ziehen. Hier beim Wheel. Okay, dann lasst uns mal ziehen, Leute. Let's go. Wir drehen am Glücksrad. Am Glücksrad drehen wir. Und bitte, bitte, bekommen wir das Auto. Wir bekommen 250 Siege. Ernsthaft? Are you serious right now, Bro? Guck mal, wir kaufen uns direkt noch ein Glücksrad. Ey, wir kaufen uns direkt. Ich will das OP-Card. Seht ihr das, Freunde? Ich will dieses OP-Card dort vorne. So, zack. Jetzt kommt's schon. Gönn mir. Gönn mir, Freunde. Dafür alle Likes da lassen, dass wir uns hier gerade Roblox ausgeben und den Spin kaufen. Alle Likes da lassen oder aber unbedingt, Freunde. Ah, ja, ja, nein. Bro, are you serious right now? Ey, ernsthaft? Was haben wir hier bekommen, Junge? Ey, wir können... Ey, zumindest können wir unsere Farbe ändern. Äh, doch nicht. Wir müssen dafür Roblox ausgeben. Ernsthaft? Wow, wir haben es abgegradet. Oh, ich glaube, wir sind schneller geworden. Let's go! Wow! Oh, ho, ho. Wir sind echt schneller geworden. Let's go. Let's go, Freunde. Okay, das ist schon mal gut. Und man kann... Ey, stimmt. Man kann ja springen, Junge. Das ist ja richtig OP. Guck mal hier. Zack, 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 zack. Jetzt können wir, glaube ich, auch noch höher springen. Guck mal. Oh, Alter. Wie hoch können wir springen? Fast. Okay, Freunde, nochmal. Zack. Oha, oha. Okay, Level 8 wird schon mal ein bisschen schwerer. Das wird hier schon... Oh, das wird schwer. Das wird schwer. Wir dürfen nicht runterfallen. Wir dürfen nicht runterfallen. Wir sind bei Minute 2. Wir müssen uns beeilen, Leute. Und springen. Wow. Wow. Alter, das war knapp. Wir sind hier fast nach unten gefallen. Und noch, Freunde. Einmal noch inziehen. Dann können wir uns ein krasseres Auto kaufen. Oh. 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 Fast. Fast. Nein. Wir fallen runter. Okay, nichts passiert, Freunde. Wir sind respored. Aber wir sind draufgegangen. Wir sind draufgegangen. Oh, no. Okay, mal schauen, ob wir uns was... Ey, wir können uns ein krasses Auto kaufen. Guck mal, das hier ist mein 70 kmh. Das hier hat ein 70. Ernsthaft? Das ist ein kmh schneller als das andere? Das ist einfach nur ein kmh schneller. Na gut, egal, Freunde. Wir kaufen uns das. Zack. So, Freunde. Wir haben ein neues Auto. Let's go. Ey, ich habe das Gefühl... Oh. Was? Habt ihr das gesehen? Ey, ich habe das Gefühl, das Auto ist nicht mal so krass. Leute, sollen wir uns VIP holen? Sollen wir uns VIP holen? Ey, wenn ihr jetzt alle Likes da lasst und ein Abo jetzt ohne Spaß, Freunde, dann hole ich mir VIP. Aber wir müssen hier aufpassen. Oh, okay. Hier ist keins. Aber jetzt müssen wir aufpassen. Zack, schnell durch. Ey, ich sage euch ganz ehrlich. Boah. Nein, das mache ich nicht. Oh, nein. Wenn wir jetzt hier die 100 Likes erreichen auf diesem Video, dann kaufe ich mir VIP holen. Wir haben einen krassen Lamborghini zur Hand, den wir fahren können. Und mal schauen, wie schnell der überhaupt ist. Wie schnell ist der überhaupt? Lass uns das mal anschauen. Oh, 80. Oh, der ist hier sogar 85. No way. Okay, ey, der hier ist der krasseste, glaube ich. Oder gibt es hier noch krassere? Oh, der ist 100. Ey, den möchte ich haben. Wir haben nicht genug Siege. Oh, nein. Wir müssen mehr Siege kaufen. Boah, das ist richtig schnell, Freunde. Sollen wir uns das hier kaufen? Okay, ich würde sagen, wir kaufen uns das für 400 Robots. Aber das ist so viel, Leute. Das ist so viel Geld. Ich weiß nicht, ob ich es mir kaufen kann. Ey, ihr müsst jetzt wirklich alle Likes da lassen. Okay, chill, chill, chill. Ich kaufe es mir, ich kaufe es mir. Okay, ich verstehe schon. Ihr habt alle Likes da lassen. Dann würde ich sagen, kaufen wir uns das. Let's go. Ey, alles nur für euch, Freunde. Damit ihr hier seht, wie krass das Auto ist und ihr es nicht selber kaufen müsst. Wir kaufen das jetzt. Und let's go. Wir haben es gekauft. Wow, 400 Robots ausgegeben. Alter. Let's go. Okay, lasst uns das jetzt austesten. Und, kommt schon, wir fahren. Ey, nicht an. Oh, warte mal. Ey, das ist wirklich super schnell. Let's go. Nein, wir wollen... Oh, nein, nein, nein. Warte mal. Denkt ihr, wir holen die anderen hier auf? Denkt ihr, wir holen die auf mit unserem super Fast Car? Ey, safe. Was? Wie schnell ist er? Hä, warum ist das so schnell? Wir müssen ihn aufholen. Alles auf, unsere Autos. Hallo? Oh ja, wir holen ihn auf. Wir holen ihn auf. Haha, wir holen ihn auf, weil wir viel schneller sind. Let's go. Wow. Was sagt ihr, Freunde? Haben sich die 400 Robots gelohnt? Oh, wir kriegen auch viel mehr Siege. Wir kriegen auch viel mehr Siege. Viel mehr Pokale. Damit können wir gleich sogar noch ein anderes Auto kaufen. Zack. Wow. Oh, wie hoch springt das? Fast. Alter. Ey, aber wir haben es nicht gut erreicht, das Ziel. Schade, Marmelade. Komm, wie schnell können wir werden? Hier 142 das Maximum. Oh, wir können... Oh, jetzt müssen wir aufpassen. Nicht in die Löcher fallen. Nicht in die Löcher fallen. Und zack. Let's go, let's go, let's go. Jetzt nicht... Oh, das wird schwer, das wird schwer, Freunde. Immer schwerer. Ah, guck mal, wie wir hier durchgehen. Topspeed, Junge, Topspeed. Wow, nein. Nicht schon wieder daneben. Ey, ernsthaft. Aber wir haben 14.000 Siege. Können wir uns damit was holen? Oh, wir können uns aber sowas von was damit holen. Können wir uns hier... Äh? Was ist das denn für einer? Lass uns mal auf den hier sparen, oder? Der ist krass. Der blaue, Junge. Ist meine Lieblingsfarbe, Freunde. Wir können den hier auch sogar blau machen. Aber dafür müssen wir wahrscheinlich auch wieder Robots ausgeben. Ja, Junge. Alter, für alles müssen wir Robots ausgeben. Jetzt reicht's mir aber. Egal, wir werden ihn jetzt noch ein bisschen aushästen. Komm schon. Ey, warum fährt der denn so schief, Junge? Ich hab doch nicht... Ernsthaft? Was ist das denn für ein schlimmes Auto? Guck mal hier. Ey, warum bist du so schief, Alter? So, zack, wir haben's geschafft, Junge. Easy peasy. Und jetzt schnell hier entlang. Level 23 schon, Freunde. Nicht mehr lange. Und hier rüber springen. Wir hätten einfach die Rampe nehmen sollen. Warum springen wir? Warum springen wir, Freunde? So, jetzt nehmen wir aber die Rampe. Und... Wow! Alter! Fast! Nein, nein, nein! Ey, schon wieder runtergefallen. Das kann doch nicht wahr sein. Das kann doch nicht wahr sein, Freunde. Wir müssen es endlich ins Ziel schaffen. Wir müssen als erstes ins Ziel kommen. Alter, sind wir komplett lost? Kommen wir hier nicht rüber, oder was? Wow! Jetzt, jetzt, jetzt aber. Jetzt aber... Nein! Hä? Das ist ja übel schwer. Okay, komm schon. Bisschen weniger Anschwung. Und... Zack! Jetzt schaffen wir es. Jetzt schaffen wir es 100%. Nee, schaffen wir nicht. Let's go! Jetzt schaffen wir es, Freunde, Junge. Ich sag doch, ich bin der Krasseste. Ey, es gibt ein Auto, was 142 fährt, oder was? Guck mal, hier unten kann man 142 schnell werden. Aber dieses Auto schafft nicht so schnell, oder? So, wir müssen es mal ausprobieren. Wir müssen jetzt mal richtig gerade fahren. So, zack, hier rüberspringen. Wie schnell kann das Auto werden? Unten steht es, Freunde. Wir sind jetzt gerade bei 70... Nee, bei 40 kmh. Komm, immer schneller müssen wir... Oh nein, aufpassen, aufpassen! Nein! Wow! Wow! Alter! Das war knapp. Das war knapp, Junge. Und jetzt rüberspringen. Jetzt rüberspringen. Nein! Nein! Ey, wir mussten da drunter. Oder nochmal springen. Aber wir waren... Leider, okay, aufpassen. Wir warten, bis es wieder nach oben geht. So, zack. Oh, jetzt rüberspringen. Zack! Oh, wir haben es geschafft. Okay, jetzt nochmal rüberspringen. Ja! Nein! Hä? Alter, wir haben es nicht geschafft, Freunde. Okay, das Auto ist sogar schon maximal geupgradet. Was? Oh, das hier ist 100 kmh schnell. Ja, ey, das müssen wir uns kaufen für 250. Dann können wir das sogar upgraden. Das kann wahrscheinlich noch schneller werden. So, jetzt brauchen wir, Freunde. Okay, hier rüberspringen. Hier rüberspringen. Boah, jetzt machen wir das sehr easy. Ey! Oha! Was? Alter! Habt ihr das gesehen? Wir sind einfach durchs Level. Rückwärts. Durchs Level einfach rückwärts. Let's go! Und wir kriegen nochmal richtig viele Siege. Und jetzt geht's ab, Freunde. Wow! Direkt rüberspringen. Alter, wir sind überall rüber gesprungen. Das Auto ist so krass, dass wir überall schon rüberspringen. Okay, denkt ihr, wir werden es schaffen, Freunde? Schreibt mal eine 1 in die Kommentare. Wenn wir es schaffen werden, oder? Zwei werden wir es nicht schaffen werden. Freunde, ich lese mir jeden Kommentar durch. Alle eine 1 in die Kommentare, damit wir es schaffen, Freunde. Alle eine 1 in die Kommentare. Alle eine 1 in die Kommentare. Alle, die eine 1 in die Kommentare schreiben. Deren Kommentar werde ich jetzt herzenfreuen. Let's go, let's go, let's go. Let's go. Ey, wir müssen unbedingt eigentlich gegen Simlucky machen, wer als erstes Ziel kommt. Sollen wir Simlucky holen, Freunde? Sollen wir ihn holen? Soll ich ihn mal kurz anrufen? So, Freunde, wir rufen mal Simlucky an. Ey, Simlucky! Ey, komm mal in die Kaube hier vorne, Junge. Ich rasiere dich. Ich will mal 1 in 1, wer als erstes Ziel ist, okay? Komm schnell, komm schnell, komm schnell, Junge. Ich mache hier keinen Spaß, Alter. Blau ist die beste Farbe. Let's go! Ey, komm jetzt schnell, Junge. Okay, Freunde, wir warten kurz auf Simlucky. Und dann machen wir ein Rennen, Freunde. Und dann machen wir ein Rennen. Und der weiß ja nicht, dass ich so ein krasses Auto habe, Junge. Der will sich fragen, woher habe ich so ein krasses Auto, was man für 400 Robux kaufen kann? Oh, und dann, ey, wir machen tatsächlich ein Spiel um 10.000 Robux. Okay, Freunde? Let's go, let's go, let's go, 100 Euro. Simlucky, ich sehe dich schon, Junge. Da kommst du ja. Mit deinem Auto angekündigt. Ey, ey, ey. Ey, ich bin genau neben dir. Siehst du nicht dieses krasse Auto? Ey, was heißt denn für ein Auto? Junge, bist du ein Mädchenauto oder was? Äh, ja, ich kann ja auch mal, ob das pink ist, aber das glitzert und das ist richtig krass, Junge. Ja, dann überhol mich doch, Uckri. Oh, du bist rot angefallen. Okay, Simlucky, lass uns eine Wettbewerb um 10.000 Robux, wer weiterkommt, okay? Und wer schneller am Ziel ist. Ey, ich checke gerade nicht, wieso du einfach pinkes Auto hast, Ultra-OP, Mega-Custom-Auto, krass hast. Äh, okay, komm mal. Lass uns mal schauen, wer ich das Auto schneller... Oh, ich bin so viel schneller, Junge. Was? Alter, bist du gerade nicht, Uckri? Schau, schau, schau. Let's go. Guck mal, wenn du schneller bist, heißt nicht direkt Vorteil, ne? Oh, nein, stimmt, 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 stimmt. Ich muss trotzdem aufpassen, auch wenn ich schneller bin. Du musst aufpassen, ja. Aber schau, mein Auto ist trotzdem krasser. Du willst halt, äh, willst du wissen, wie du so ein krasses Auto bekommst, wie ich? Nee, Uckri will ich gar nicht wissen, weil meistens krasser, das weiß ich ganz genau. Schau, ich hab ein Ultra-Auto, ja? Okay, guck mal hier. Oh, zack, wow! Was, Junge, Alter? Wie krass ist dein Auto, Uckri? Oh, ey, ich kann, warte mal, ich kann die ganze Zeit boosten, das hab ich gar nicht gemerkt, guck mal hier. Ich kann die ganze Zeit boosten, jede drei Sekunden. Das ist bei den anderen Autos nicht so, Freunde. Ich kenne nicht so oft. Jede drei Sekunden? Was, Junge, ich kann nur 13 Sekunden, Uckri? Woher hast du das Auto, hä? Alter, was, du musst 13 Sekunden warten zum boosten? Ich muss nur drei Sekunden warten. Uckri, Uckri, wir machen Challenge um 10.000 Robux, hier wird nicht gecheatet, ne? Oh nein, du bist trotzdem vor mir so, oh, davon, ich hab gesehen, wie du runtergefallen bist. Sag mal eben, Uckri. Hä? Ich cheate nicht, ehrlich nicht. Wow. Sicher, ganz sicher. Wow. Alter, wie krass ist das? Man muss springen und dann boosten. Ich bin so viel heftiger als du sieben. Guck mal, da kommst du ja. Da kommst du ja und schon wieder runtergefallen. Oh, wow. Ey, Leute, schreibt die Kommentare, Uckri, cheat oder nicht, okay? Nein. Ey, Alter, no way. No way sind wir so krass. Wir haben es sogar geschafft, das nächste Level. Wir sind da komplett rübergesprungen. Habt ihr das gesehen? Alter, wie krass ist das? Okay, müssen wir aufpassen. So, zack, hier drauf. Jetzt einfach warten und boom. Let's go, wir haben es geschafft. Okay, okay. Und jetzt, zack, wie das boosten. Wow, ja, let's go. Wir haben es ein bisschen kreis geschafft. Zadaki, du weißt ganz genau, wer als erstes im Ziel ist. Ich bin vor dir, oder? Du hast auch viel zu krass Auto. Nein, ich cheat nicht, Junge. Was redest du? Natürlich cheatest du. Wie hast du es bekommen, hä? Uckri, wie hast du es bekommen? Hä, man fahr ich in die falsche Richtung, oder was? Ja. Wir sind vor dir, Uckri. Ich bin in die falsche Richtung gefahren. Du hast genug, ne? Aber Uckri, sag mal, wie kannst du das Auto bekommen? Sag mal, wie cheatest du etwa? Alter, nein, 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 ich cheat doch nicht. Aber hier muss ich den ersten Mal schnell aufholen. Ey, du darfst mich nicht aufholen. Du darfst mich nicht aufholen. Okay, Freunde, schnell da durch, schnell da durch. Zack, zack, zack. Okay, jetzt warten, warten, warten. Wir müssen warten. Oh nein, der Lucky kann schon im Ziel sein, solange wir hier warten. Ich bin gleich im Ziel, 43% schon. Wo bist du, Uckri? Alter, ich bin einfach schon in die falsche Richtung gefahren. Du bist auf dem schicken Trotten, bist du schlechter als dein Lucky King. Nein, 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 bin ich nicht. Guck mal, hier. Nein, nein, nein. Oh nein, das habe ich nicht gesehen. Das habe ich nicht gesehen, dass die... Oh, das war hier einfach falsch herum, Mann. Oh nein. Okay, guck mal hier. Krass, Uckri, ich mache jetzt richtig safety first. Ich spiele jetzt richtig sicher, Junge. Wow. Alter, habt ihr das gesehen? Ey, nein, nein, sehr lucky. Weißt du was? Du wirst gleich schon sehen, wer hier der King ist. Ja, hä, ich bin vor dir, Uckri, ich bin viel... Warte, du bist nicht mehr viel vor mir. Schau mal, wer hier hinter dir ist. Okay, du hast die OP-Kar geholt. Was habe ich? Du hast die OP-Kar geholt. Hä, wie OP-Kar, was meinst du? Guck mal, ich habe gerade gesehen, da kann man sich das kaufen. Äh, nein, man kann sich das kaufen. Ich habe das, äh... Ich habe levelbestimmt statt der OP-Kar. Ich habe es gezogen. Guck mal da, beim Wheel, da kannst du es ziehen, Bro. Wo ist hier ein Glücksrad, Uckri? Da unten, beim Wheel, da steht Wheel, Bro. Das musst du drehen. Ehrlich? Das wusste ich gar nicht. Oh, nein. Oh, ich habe 3-Spin. Hast du wirklich gezogen? Ja, ich habe es wirklich gezogen. Okay, ich glaube dir nicht. Oh, Mann, Freunde. Wenn Simlucky wüsste, ich stumme mich mal kurz. Guck mal hier. Leute, Simlucky, check nicht, dass ich das Auto hier einfach für 400 Robos gekauft habe. Wenn der erst raus will, der wird ausrasten, Leute. Der wird so sauer sein. Kein Wunder, dass ich auch viel schneller bin als der. Ey, ich habe schon so viele Wins, ne? Alter! Alter, wie drehe ich mich hier, Leute? Nein! Hey! Alter, was ging hier ab? Ey, Simlucky, welches Level bist du? Ich, äh... Ja, kannst du selber schauen. 61, nein, ich bin erst 51, äh, 59. Ich habe ein kasteres Auto bekommen als du. Jetzt muss ich mich echt... Hä, wie, warte mal, was meinst du? Hast du ein Auto gezogen? Ja, pass mal auf, ich sag dir nicht, was für ein Auto ich habe. Hä, wie, hast du echt ein Auto gezogen? Ja, ich habe OP-Auto, OP-Mega-Ultra-Plus-Auto. Ach, Simlucky, ich sehe dein Auto. Das ist genauso wie davor. Hä, warte mal, was ist hier nicht so... Hä? Was hast du für ein neues Auto bekommen? Guck mal, das ist ein Ballonauto. Guck mal, das kann fliegen. Was redest du? Was für ein Ballonauto? Und wo hast du es denn wieder herbekommen? Verrate ich dir nicht, Uckrich. Ich bin halt Ultra-Omega-P. Was laberst du, Junge? Was redet der, Freunde? Der ist mega langsam, Junge. Ich bin schon wieder vor diesem Lucky. Guck mal, du hast keinen Schatz, mich aufzuholen. Wollen wir sehen. Guck dir, ich hole dir sowas auf. Ich bin hier nach links gefahren, danach habe ich den Bus nach rechts gefahren. Ja, Uckrich. Aber hier werde ich überholt, Junge, mit Ultra-OP-Auto. Ach, überholt sie mich doch immer? Wow! Oh nein! Nein! Ah, ich habe mich fast gerettet. Ey, Freunde, wir können sogar neue Cars im Shop holen. Wir haben so viele Pokale. Mal schauen. Ey, wir können uns das hier holen. Oh, wir können uns gleich diesen Smooth Rider holen. Sollen wir uns den holen, Freunde? Aber eigentlich ist das hier viel besser, Freunde. Eigentlich ist das hier viel besser. So, zack, sein Lucky hat uns wieder überholt. Das dürfen wir nicht zulassen. Let's go! Let's go! Ich bin der Beste! Oh nein, ich bin runtergefallen. Haha! Du Noobs, der Lucky. Guck mal hier. Jetzt habe ich dich wieder überholt. Okay, Freunde, schnell, schnell, schnell. Jetzt lass mich nicht mehr rumspassen. Ich habe mich nicht überholt. Nicht mehr rumspassen, Freunde. Let's go! Jetzt einmal durch das... Wow! Alter, ich springe überall rüber. Alter! Was? Wie schnell bin ich? Du bist bei Level 70? Wow! Nein! Wir wurden erwischt. Okay, hier einfach durch, bitte. Ey, es macht keinen Spaß, du Cheater! Ey, wie cheate ich denn bitte sehr? Okay, Freunde, wir machen jetzt alles hier richtig safe. Komm mal hier. Ich habe dich entdeckt beim Cheaten. Nein! Nein, 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 du hast mich überholt. Ja. Oh nein! Oh! Ich bin fast rübergesprungen. Ey, das Level ist schwer. Das Level ist schwer. Ohne Spaß. Aber nicht für Semlaki. Für Semlaki ist alles einfach. Ich habe es auch geschafft, du kleiner Noob. Zack, wer ist vor dir schaffen? Ach, sicher? Guck mal hier, wer vor dir ist. Oh nein! Let's go! Oh nein! Falsche Richtung. Falsche Richtung. Können wir uns doch retten? Ne, können wir nicht. Schade, Freunde. Schade, aber wer vor dir ist. Schade, aber wer vor dir ist. Vor dir ist niemand, Junge. Gleich bist du nie mehr vor dir. Wow! Ja, sicher? Wow! Alter! Was ist jetzt passiert, Freunde? Wow! Ich weiß gar nicht, was für Level gleich kommen. Richtig cool. Wow, warte mal. Und jetzt nochmal. Oh, zack! Wow! Alter! Was? Yo! Yo, 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 yo. Alter, wie weit sind wir gerade gekommen, Freunde? Let's go, Alter. Wir sind schon wieder mal so lucky. Haha, so lucky. Ich bin wieder hinter dir. Ja, hinter mir. Oh nein, aber das heißt nicht bei mir. Oh nein, du hast recht. Ich bin wieder runtergefallen. Aber warte mal. Ab und zack! Let's go! Jetzt haben wir den Bus richtig gut aktiviert. Und jetzt bin ich vor dir. Du Kopf, Dinger. Jetzt bin ich vor dir. Jetzt bin ich vor dir. Jetzt bin ich vor dir. Nein! Ja, 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 let's go! Und springen! Zack! Ey, wir springen hier einfach über die Level durch, Freunde. Und wir sind gleich bei 100. Wir sind gleich bei 100. Nur noch ein bisschen, nur noch ein bisschen. Nein! Wir sind runtergefallen. Wir sind runtergefallen. Okay, noch ein bisschen, noch ein bisschen, noch ein bisschen. Ey, Ucki, wir haben das Level geschafft. Das ist doch möglich. Ich bin der Beste eben, Junge. Let's go! Hier rechts. Oh, falsch, 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 Freunde. Hier nach links. Zack, zack, zack. Jetzt nach rechts. So, zack, zack, zack. Jetzt nach links. Und... Ey, du hast mich so überholt. Bam! Oh ja, ich habe dich übelst überholt. Wo bist du überhaupt? Hä, Zimlaki, ich sehe dich gar nicht mehr. Ich bin ganz hinten, Ucki. Junge, du Noob, Alter. Ah! Ey, warum sagst du einen Noob, Junge? Karma bekommen. Ich bin genau, als ich gesagt habe, dass du ein Noob bist, bin ich runtergefallen. Kleiner Goofy-Noob, Alter. Okay, so. Ja, jetzt kriegst du vielleicht nochmal Karma, Ucki, du Noob. Ey, Zimlaki, ich bin Main-Character, Junge. Du bist hier der Bot. Ey, weißt du, warum du nicht Main-Character bist? Wow! Rübergesprungen wie ein Adler, wie ein Vogelleute. Geflogen. Let's go. Zimlaki, erzähl, Junge. Warum denkst du, ich bin nicht Main-Character, hä? Junge, weil ich Luftballons an meinem Auto habe und du nicht, Ucki. Ja, und was juckt Luftballons, wenn ich einen Boost habe, der richtig krass ist? Ja, das war aber nur, weil du cheatest, ne? Ich bin ein richtig cooles Salto, Mann. Warte mal, wir machen jetzt ein richtig cooles Salto von... Let's go! Wow! Ey, wir fliegen. Ey, Zimlaki, kann dein Auto auch fliegen? Mein Auto kann fliegen. Und wir haben sogar... Nee, wir haben es fast mehr. Dein Auto fliegt nur und dann crasht es und dann explodiert es. Guck mal. Boah, Junge, du Noob, Junge. Ja, ich habe dich überholt, Uckri. Ja, nur weil ich hier ein bisschen rumspartse. Ja, aber du Noob, Uckri, ich werde dich jetzt so kaputt rasieren, Alter. Du weißt gar nicht. Was laberst du, Zimlaki? Ich will, ich überhole dich wieder in einer Sekunde. Ja, mach doch, Uckri. Warte ab, was ich mit dir jetzt anstelle. Warte ab. Ja, mach dich ernst, Uckri. Wenn ich gewinne ohne Cheats gegen Cheater, Digga, dann ist echt ehrenlos von dir. Warte ab, Zimlaki. Ich bin jetzt wieder vor dir. Warte ab. Warte ab, was ich mit dir anstelle, Junge. Wenn du mich überholst, dann kriegst du einen Luftballon auf deinem Popo. Ey, Zimlaki, das wird hier nicht frech, Junge. Das reicht mir aber. Okay, wir fahren runter, das würde ich zulassen. Ey, wie weit bist du? Welch Level bist du? Ja, sag ich dir nicht, Uckri. Ich bin schon, äh, warte. Ich bin da bei Level 90. Nein, wir müssen dich schnell einholen. Nein, nein, nein. Stell dir hier lang, hier hier lang. Du verhoffst mich doch, Uckri, wenn du kannst. Ja, mach ich auch gerade. Guck mal, gleich bin ich bei dir. Gleich bin ich bei dir. Nee, ich bin bei Level 90. Warte ab, Junge. Ey, vorhin, guck mal, wie gut wir ist, man. Nach links, so, zack. Jetzt nach rechts, so. So, ohne Fehler. Ich bestehe hier gerade alles, Uckri. Ja, ich auch. Ich bin so gut, ich bin so gut. Nein, du bist fast bei Level 100. Nein, let's go. Ja, 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 wir schaffen es. Okay, Freunde, wir haben das Level erreicht. Wir haben das Level erreicht. Nein, nein, wir müssen ihn überholen, wir müssen ihn überholen. Nein, Freunde. Nein. Let's go. Mich kriegst du nicht ein. Ich mache hier gerade alles ohne Fehler. Aber du, du, Uchita, wirst sowieso hier wieder einen ganzen Boost machen. Oh, let's go, let's go, let's go. Oh, nein, 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 der darf nicht vor uns sein, der darf nicht vor uns sein. Die Freunde, schnell umdreht, schnell umdreht. Ich bin Level 100, ich habe gewonnen. Du bist nicht mehr Level 100, Zimlaki, lüge nicht. Doch, doch, bin ich. Nein, noch nicht. Ey, Zimlaki, ich rasiere dich jetzt. Ich rasiere dich jetzt. Junge, jetzt rasiere ich dich. Ja, niemand rasierst du hier. Ich rasiere dich. Doch, 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 doch. Warte ab, warte ab. Warte ab, hier boosten. Ja, ja, ja. Ich überhole hier alle. Du hast keine Schotze, Junge. Ich sehe dich, Zimlaki, ich bin gleich bei dir. Ich bin gleich bei dir. Ultra-Bus, Leute. Befug mich doch. Oh nein, oh nein, oh nein. Ich verhühe, ich verhühe, Okri. Ja, let's go. Jetzt überhole ich dich. Jetzt überhole ich dich. Nein, bin ich mir gefallen. Nein. Ich habe ge... Oh, ich bin in den Boom rein. In den Boom rein. Nein, der ist 95, let's go. Nein, 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 nein. Ey, ich habe die Challenge schon nicht verdient, nur weil ich hier rum gespaßt habe. Nein, ich habe die Challenge nicht verdient. Das ist Big Karma. Ich bin runtergefallen. Nein. Ja, 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 meine Schotze, Freunde. Let's go. Oh nein, 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 nein. Obdrehen, obdrehen. Ich bin bei Level 96 schon. Okay, Freunde, schnell, schnell, schnell. So, zack, hier lang. Okay, hier runter. Okay. Nein. Nein, der ist fast da, Freunde. Seht ihr unten rechts? Der ist fast da. Ich muss sparen, ich muss sparen. Ja. Wow. Ich bin fast bei dir, Simlaki. Jetzt gibt es aber eine auf die Nuss. Nein, nein, Okri. Junge, was soll das? Ey, du darfst mich nicht überholen. Ist unfair. Doch, werde ich. Werde ich, Junge. Jetzt werde ich dich überholen. Ja. Ja, sicher. Nein, der ist von mir richtig schwierig in den Level. Ich seh dich schon. Ich seh dich schon. Ich seh dich schon, Simlaki. Komm her, Junge. Du bist nicht schaffst, Ukri. Ich hab das jetzt first try bestanden. Ja, ihr habt's geschafft. Ja, das kann ich befolgen. Du hast mich gar nicht gesehen. Du hast mich gar nicht gesehen. Ich hab dich überholt. Let's go. Du bist Cheater, Ukri. Du bist Cheater. Tschüss, Simlaki. Guck mal da vorne. Tschüss, tschüss. Nein, unfair, unfair. Ich überhole dich noch. Ich überhole dich noch. Ich überhole dich noch. Ich überhole dich noch, Ukri. Du überholst mich niemals. Du kriegst mich niemals. Let's go, Freunde. Level 100. Okay, ich verfluch dich. Wo bist du denn? Ah, du bist hinter mir. Guck mal hier. Ich warte sogar. Ich warte auf dich. Stopp, 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 stopp. Ich warte auf dich, du kleiner Noob. Okay, okay. Okay, warte auf mich. Warte, warte, warte auf mich. Warte auf mich. Ich war erster. Und jetzt hier in den Win-Ride. Let's go. Nein, 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 nein. Let's go. Heute werden wir Autos zerstören in Roblox. Denn wir spielen den Car Smash Simulator. Das heißt, der Auto Zerstörer Simulator. Ganz genau, Freunde. Und dafür müssen wir richtig viel trainieren, damit wir heute ganz am Schluss... Warte mal. Ist das ein Bugatti? Ein Bugatti Chirohr, Leute. Chirohr, Leute. Was? Und, oh, dafür müssen wir aber erstmal trainieren. Und boom. Zack, zack, zack. Also, Leute, warte mal. Die Autos haben 600.000 Stärke brauchen wir, um dieses Auto zu zerstören. Guck mal, wie lange das dauert, Leute. Wir brauchen noch viel, 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 viel mehr Stärke. Aber wir können vielleicht schon ganz am Anfang den Minivan zerstören. Das macht irgendwie gar keinen Sinn. Warum ist ein Bugatti schwerer zu zerstören als ein Minivan? Keine Ahnung. Egal, Freunde. Wir versuchen das erste Auto zu zerstören. Und boom. Weil dieses Auto hat nur richtig wenig HP. Wir haben es geschafft. Let's go. Habt ihr es gesehen? Boom. 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 Alter, schon wieder in die Luft gesprengt. Und jedes Mal, wenn wir ein Auto zerstören, Leute, kriegen wir einfach Money. Money, Money, Money. It's so funny. In the Burj Man's World. Leute, wir haben jetzt 15 Money, weil wir drei Autos zerstört haben. Und damit können wir schon unser erstes Ei kaufen. Lass es direkt machen, Leute. Und boom. Wir bekommen einen Hund raus. So, den rüsten wir sofort aus. Jetzt haben wir ein Haustier. Und das gibt uns jetzt mehr Energie, wenn wir trainieren. Schaut mal, jetzt kriegen wir nicht 1 plus, sondern 3 plus. Das hat einen Multiplikator, Leute, das Haustier. Jetzt haben wir einfach... Wie krass ist der Multiplikator? Mal 2. Okay, das heißt, wir kriegen jetzt plus 2 plus. Also, wir kriegen jetzt nicht mehr 1 plus, sondern nochmal plus 2. Das heißt 3. Okay, bringt jetzt nicht so viel, aber besser als 1, ne? Besser als gar nichts, Leute. Wir haben auch nicht so ein gutes Haustier bekommen. Vielleicht können wir später dieses Ei öffnen. Für 20.000. Da sind viel, viel krassere Haustiere drin. Wacht mal, hier das vorne. Das ist, glaube ich, richtig heftig. Yo. Was geht ab? Ja, Kago. Das ist mein Cousin. Okay, nice, bro. Ey, Leute. Falls euch das Video bisher Ihnen gefällt, lasst ein Like, ein Abonnier, ein Kino. Aktiviert die Glocke und schaut oben bis zum Schluss, damit ihr erfahrt, wie es sein wird, ein Bugatti zu zerstören. Da müssen wir erstmal ein bisschen besser werden und, äh, warte mal. Junge, warum leckt alles? Ich glaube, mein Internet ist weg. Oh, no. Oh, no. Oh, jetzt funktioniert es wieder. Sehr gut. Was ist das hier? Power OP Sword? Wir können uns ein Schwert kaufen? No way. Für 300 Robux ein Schwert kaufen, Leute. Äh, warum kostet das so viel? Oh. Möchtest du das Machtschwert kaufen? Sollen wir uns das holen, Leute? Wir müssen uns das kaufen, dann können wir die Autos viel schneller zerstören. Alter. Das ist, glaube ich, eine gute Idee. Upgrade Statistik. Oh, hier können wir was upgraden. Ah, okay. Aber, Junge, wir können alles mit Robux upgraden. Äh, nee, nee. Ach so. Wir haben nicht genug Geld. Wir können auch mit Geld upgraden. Okay, lasst uns mal upgraden. Lasst uns mal upgraden, Leute. Sportwagen. Super Sportwagen. Okay, man kann hier auch echt viele Sachen kaufen. Aber erstmal, unsere erste Mission ist einfach zu trainieren, damit wir hier die Sachen zerstören können. Können wir hier das Auto schon zerstören? Den Pickup Truck. Komm, lasst uns versuchen, das rote Auto hier zu zerstören. Und BAM. Wir haben es geschafft, Leute. Wir haben 50 Cash noch durchbekommen. Dadurch, dass wir ihn zerstört haben. Mal hier den Sound mal ein bisschen an, Leute. Und BUM, BUM, BUM. Oh, hört ihr das, wie ich boxe? Und BUM, in die Luft gesprengt. Alter, let's go, Leute. Dadurch machen wir richtig Fett Cash. BUM, in die Luft gesprengt. Okay, jetzt haben wir ein bisschen Cash gemacht. Lasst mal. Oh, wir können sogar Geschenke beanspruchen. Lasst uns mal machen. Oha, 350. 750 Cash. Oha, wir kriegen hier richtig krasse Sachen. Okay, die rüsten wir alle sofort aus. Was haben wir gerade alles bekommen? Wir haben irgendwelche Getränke bekommen. LOL. Und BUM. Wir holen uns jetzt ein bisschen Glück, ein bisschen Stärke, Freunde. Das ist super wichtig. Guck mal, wir haben jetzt richtig viel Geld ausgegeben für Stärke. Haben wir jetzt mehr Stärke? Ah, ach so. Ich glaube, Level 5 Stärke haben wir jetzt. Bringt das irgendwas? Ich weiß nicht. Wir haben jetzt nochmal abgegradet. Jetzt haben wir noch immer Level 6 Stärke. Aber ich würde sagen, Leute, es macht mehr Sinn. Vielleicht ist es sogar besser, hier vorne so ein Haustee zu öffnen. BUM. Für 500 Cash öffnen wir jetzt ein Ei, Leute. Und Kopfschuh, bitte was Gutes. Wir haben den Löwen bekommen. Ist der gut? Ist das Schlechteste? Ne, das ist nicht das Schlechteste. Das war dann eigentlich ganz in Ordnung. Oh, 15 gibt der Plus. Das ist ja schon mal viel besser. Jetzt reden wir 18 Plus. Das ist richtig gut. Das ist wirklich richtig gut, Leute. Dann lasst es sich sagen, Leute, wir öffnen hier vorne nochmal ein Ei. Wir haben noch genug Cash. Wir kriegen eine Katze. Das ist das Schlechteste. Aber egal. Die Junge, die gibt nur 1 Plus. Was? Egal. Wir kriegen jetzt 19 Plus, Leute. Nicht schlecht. Zack, 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 zack. Und damit können wir jetzt bestimmt gleich... Wir sind schon stark genug, um den Bugatti zu zerstören. Dauert noch ein bisschen, aber wir können, glaube ich, schon den Crystal Van zerstören. Crystal Van? Ist das der von Breaking Bad oder was? Boom, Leute. Und zerstört, Alter. Ganz ehrlich, lass ein Like da und ein Abo. Boom. Okay, jetzt haben wir wieder Cash gesammelt. Das heißt, Leute, ihr wisst, was das heißt. Wir kaufen hier vorne wieder ein Ei. Und bitte kriegen wir jetzt ein gutes Haustier. Komm schon, bitte, bitte, bitte. Löwen schon wieder. Ne, wir kriegen irgendwie gefühlt nichts Gutes. Aber wir können das nochmal öffnen. Und Panda. Ne, Panda ist noch schlechter. Schade, Marmalade. Aber wir nehmen den Löwen mit, Leute. Und den Panda auch. Weil jetzt kriegen wir 42 schon plus. Was? Ah, okay, ich verstehe, Leute. Guck mal, 15 plus, 15 plus 11 sind 41. Und wir haben ja am Anfang immer eins. Das heißt, wir haben jetzt 42 Stärke die ganze Zeit. Das ist richtig OP, Leute. 42 Stärke kriegen wir die ganze Zeit plus. Zack, 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 zack. Und schaut mal da oben. Da sieht man schon, wie viele Stärke wir haben. Wir haben jetzt 10.000. Okay, das geht richtig schnell schon nach oben. Seht ihr das, Leute? Aber wir ziehen auch gerade richtig durch. Guck mal, wir trainieren richtig hart, Leute. Bam, 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 bam. Wir können, glaube ich, gleich schon den orangefarbenen Sportwagen zerstören. Alter, lasst uns das machen, Leute, oder? Komm, wir versuchen, den zu zerstören. Boom, 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 boom. Ja, komm schon. Weiter drauf smashen. Smash, hike, smash. Boom, Auto zerstören. Zack, 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 zack. Boom, in die Luft gespenkt. Und guck mal, wie viel Cash wir bekommen haben. 1.000 Cash. Alter, Leute, lasst uns auf 20.000 sparen, um das hier zu holen. Um dieses krasse Ei hier zu kaufen. Let's go. Aber, Leute, eine Sache wollte ich hier noch machen. Leute, es muss sein. Es muss sein. Ich kaufe mir jetzt hier vorne das Schwert, Leute. Ganz ehrlich, ich kaufe mir das jetzt. Let's go, Leute. Alle Like, abonniere dafür. Boom. Power Sword. Alter, jetzt haben wir ein Schwert. Oha. Wir haben 50.000 durch das Geschenk bekommen. 50.000 Stärke, was? Hey, doch nicht, hä? 24.000. Egal, warte mal. Wo können wir das Schwert ausrüsten, hä? Hä? Hallo? Wir haben das doch gerade gekauft. Nein. Das ist ein Haustier. Und das gibt eine Million. Und... Was? Was? Das ist ein Haustier, welches eine Million plus gibt. Wir haben gerade 100 Robots ausgegeben. Und das ist das krasseste Schwert gefühlt im ganzen Spiel. Komm, wie wir die eine Million plus bekommen. Wir haben jetzt einfach schon eine Million. Das heißt, wir können... Warte mal. Wir können jedes Auto in einem Schlag zerstören. Boom. Zerstört, Leute. Weiter geht's. Warte mal. Da muss ich einmal den Sound wieder anmachen. Und... Smash! Und... Smash! Und... Sportwagen smash! Und jetzt können wir sogar den Bugatti zerstören. Let's go! Boom! Ohohoho, was? Boah! Alter, niemals, Leute! Wie schnell ging das denn bitte sehr? Was? Boom! Ey, wir haben jetzt 50.000 Cash. Ihr wisst, was das heißt. Wir brauchen gar kein Haustier eigentlich mehr. Wir gehen in die nächste Welt und mal schauen, welche Autos uns in der nächsten Welt erwarten werden. Boom, rein da! 25.000 kostet die nächste Welt. Okay, wir sind in der nächsten Welt. Ohoho, hier gibt's voll die krassen... Oha, Leute. Hier ist dieser... Noch ein anderer Bugatti, Leute. Ich glaub, das ist Bugatti Chiron, Leute, oder? Bugatti Chiron. Und hier ist Pagaso. Pagaso. Was soll das denn für ein Auto sein? Das ist einfach so ein richtig krass mythisches Sportauto. Hier vorne haben wir Supernova. Hier haben wir Karrieren. Hier haben wir Sportwagen. Alter, egal, wir zerstören die alle mit einem Schlag. Boom. Boom. Junge, wir haben 70 Millionen, Alter. Was wollt ihr machen? Wir können direkt jedes Auto zerstören. Warte mal. Ey, das... Das meinen die nur nicht ernst. Ich zerstöre... Ich kann einfach jedes Auto zerstören. Schaut euch das mal an. Bam. Und hier auch. 125 Millionen. Oh, das kann ich noch nicht one-shotten. Muss ich noch ein bisschen trainieren, Leute. Aber kein Problem. Wir trainieren einfach ein bisschen. Zack, 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 zack. Alter, guck mal, wie viel wir Plus bekommen. Was? Wir haben 3 Millionen Cash. No way. 3 Millionen Cash. Wie krass ist das, Leute? Wir können hier vorne ein Ei öffnen. Lass uns das mal machen. Und... Lagerfeuerlöwe. Wie viel gibt er uns Plus? 4.000. Okay, das ist eigentlich auch ganz gut. Crazy, Leute. Wie viel Stärke ich habe, fragt er mich. Ich sage ihm 200 Millionen, Leute. Das wird er mir niemals glauben, dass ich 200 Millionen Stärke habe. 200 Millionen Stärke habe ich. Let's go. Alter, easy. Jetzt kann man hier... Man kann Patrick kaufen. Wahrscheinlich ist er noch krasser als unsere Schwerter. Alter, er fragt wie, Leute? Er fragt wie, wenn er wüsste, wie ich hier reingetriegt habe. Let's go. Sui, Leute. Ey, wie krass ich einfach geworden bin. Oh, hier sieht man sogar. Richtig krasse Haustiere. Die geben richtig viel. Super Sportwagen. Alter. Junge. Können wir irgendwo upgraden, Leute? Frag mich hier, wo der Upgrader ist. Das ist nicht der Upgrader. Ich meine, ich will meine Stärke irgendwie upgraden. Irgendwie können wir das nicht. Ich meine, egal, Leute. Wir wollen in die nächste Welt gehen. Wir haben uns jetzt die Autos hier angeschaut. Jetzt zerstöre ich hier nochmal den Bugatti. Boom. Zack. Zerstört. Jetzt gehen wir weiter zum Sportwagen. Und den zerstören wir auch. Easy, Leute. Bam. Alter, wir sind so OP. Und bei 10 Millionen Cash. Wir können in die nächste Welt. Wir können uns die nächsten Autos anschauen. Okay, was sind die nächsten Autos? Yo, hier sind ja richtig krasse. Hier ist einfach gefühlt Transformers Optimus Prime, Leute. Junge, den zerstören wir. Komm her, Junge. Boom. Boom. Zerstört, Alter. Boom. Oh, die haben schon 1 Milliarden Leben haben hier, Autos. Das heißt... Oh, der hat 15 Milliarden. Was? Okay, dafür müssen wir doch ein bisschen trainieren, merke ich gerade. Da trainieren wir ein bisschen. 15 Milliarden ist echt viel. Aber hier sind ja richtig heftige Autos. Ich glaube, das ist hier... Leute. Ein Jaguar. Ein Bug... Ja, das sieht aus wie... Ist es ein Ferrari oder ist es ein McLaren, Leute? Lol. Hier vorne ist auch ein richtig cooles Sportauto. Und das ist das Heftigste. Was? Das ist 375 Milliarden Stärke hat das, das Auto. Alter, um das zu zerstören, müssen wir ja echt richtig hart trainieren. Okay, da müssen wir noch ein bisschen mehr zulegen, Leute. Da müssen wir auf jeden Fall zulegen. Am besten kaufen wir uns hier vorne so ein Ei für eine Milliarde. Vielleicht können wir es dann schaffen zu zerstören. Komm schon, Leute. Boom. 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 Smile. Smash. Boom. 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 Smash. So, Leute. Wir trainieren jetzt ein bisschen danach. Sehen wir uns wieder. Let's go. Let's go, Freunde. Schaut mal, wie viel wir jetzt haben. 7,8 Milliarden. Was? Ey, warte mal. Wir sind wieder in der Anfangswelt. Gar nicht gut. Wir sind wieder in die letzte Welt. Aber denkt ihr, wir können mit so viel Stärke... Ich habe jetzt die ganze Zeit einfach nebenbei trainiert. Die ganze Zeit AFK trainiert, Leute. Mit automatischem Zug. Ähm. Denkt ihr, wir können hier jetzt alles zerstören? Yo, easy. Easy, Alter. Aber, hä? Warte mal. Okay. Welt 3 haben wir ja auch fertig. Schalten. Das war schon, ob wir hier alles zerstören können. Oh, nee. Was? 15 Milliarden? Alter, das kostet immer richtig. Aber wir können das über gelbe Auto auch schon zerstören. Krass, Leute. Let's go. Das machen wir auch sofort. Boom. 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 Hier vorne. Das wollen wir auch noch einmal zerstören, Leute. Nimm das, Alter. Legendär. Junge, das ist das legendäre Auto, Junge. Das ist echt krass. Aber das zerstören wir auch. Das dauert zwar ein bisschen. Boom. 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 Und jetzt noch ein Auto. Boah, das ist das finale Auto, Leute. Wenn wir es zerstören, kommt schon. Ey, dafür brauchen wir aber super lange. Junge, wie oft müssen wir tippen? Okay, Freunde. Wie macht das jetzt die ganze Zeit? Komm schon. Nimm das, Junge. Leute, das dauert voll lange, das zu zerstören, Junge. Aber egal, ich schaffe es. Ich schaffe es. Boom. 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 Ja, noch ganz bisschen. Noch ganz bisschen. Und eins, zwei, drei und boom. Wir haben das finale Auto zerstört und wir haben eine Milliarde Cash bekommen. Was? Alter. Und das war das letzte Auto, Leute, oder? Oh, nee. Da vorne ist noch eine Welt. Da vorne ist ja noch eine Welt. Junge, einfach doch eine Welt. Okay, wir schalten die frei. Wir können die frei schalten. Was? Hier gibt es einen Bus. Hier gibt es einen riesen Traktor. Richtig krassen Sportwagen. Jetpack-Wagen. Alter, was? Und hier, das ist das krasseste. Nee, das ist nicht das krasseste. Das ist das krasseste. 15 Quadriarden. Junge. Der hat so viel. Alter, wie viel Herzen hat der, Leute? Ey. Denkt ihr, wir können überhaupt einen von denen zerstören? Den riesigen Bus vielleicht? Ja, okay. Aber bestimmt nicht jetzt, Junge. Dafür müssen wir richtig lange darauf schlagen. Dafür müssen wir erstmal mehr trainieren, Leute. Und am besten hier vorne auch ein Ei öffnen. Ein Haus-Ti. Freunde, heute spielen wir den Auto-Supercar-Simulator. Let's go. Äh, Simlaki, bist du heute auch am Start? Bist du schon am Cruisen? Ja, Leute. Was geht's? Hä? Warte mal. Ist das Simlaki bestellt auf AliExpress? Äh, nee. Ich bin der echte Simlaki. Was sagst du, Hukri? Hä? Du hast Simlaki gehackt. Wer bist du? Hä? Ey, ich bin doch Simlaki. Naja, egal. Weißt du was? Mir auch egal. So, ich werde heute der Beste. Und ich werde jetzt richtig hart trainieren, damit ich die heftigsten Autos kaufen kann. Ja? Ich bin eigentlich der Beste. Hey, du bist nicht gut. Was redest du? Ich bin viel besser als du, Junge. Du bist nicht mal so ein Lucky, Alter. Ey, ich bin keinem der Beste. Junge, 1000 Robots kostet dein Auto. Ey, warte. Wir müssen gut werden. Wir sind beide noch schlecht. Wir sind beide noch schlecht. Weil ich sehe hier gerade. Ah, man kann ein Rennen machen. Nein, ich bin der Beste. Digger, du hast genau eine schlechte Auto wie ich. Du hast genau so eine schlechte Auto. Nee, ich bin besser als du. Wo kann man trainieren? Wo kann man trainieren? Weißt du, wo man trainiert? Kleiner Simlaki. Ah, hier vorne. Hier vorne. Ich hab's gefunden. Okay, Leute. Wir müssen heute richtig hart trainieren. Damit wir die stärksten werden. Also, beziehungsweise die schnellsten. Und dann, Leute. Oh, guck mal, wie wir hier fahren. Oh, wie wir hier fahren. Du, 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 du. Der eine hat hier einfach so einen Helm an. Warum hab ich keinen Helm? Simlaki, du musst hier trainieren. Du musst hier trainieren, Bro. Oh. Okay, du musst jetzt hier rein. Und dann. Oh, guck mal, wir trainieren hier in so einer virtuellen. Alter, was ist das denn? In so einer virtuellen. Was bringen wir dafür, Uri? Wir kriegen dafür Geschwindigkeit. Guck. Jetzt haben wir Geschwindigkeit. Wow. Alter, drück mal auf aufhören. Drück mal auf aufhören. Ich auch. Man fliegt einfach in die Luft, Alter. Was? Ey. Oh, ich bin jetzt der Beste. Komm mal mit. Komm mal mit, Fakesimlaki. Wir werden jetzt hier vorne ein Rennen machen. Ey, ich bin nicht Fakesimlaki. Hör auf, Uri. Ey, wir machen jetzt hier vorne ein Rennen. Komm her, Junge. Komm her, wir machen ein Rennen, Bro. Ja, wo bist du, Uri? Ich bin hier beim Rennen. Ich mach jetzt ein Rennen, Leute. Okay, mal schauen, wie schnell ich bin. Und... Let's go! Auf die Plätze werde ich los! Boost! Digga, warum bin ich so langsam? Hey! Warum bin ich so langsam? Es ist so langsam, Uri. Ich bin viel schneller als du. Haha. Junge, ich seh dich nicht mal. Was redest du? Komm, ich muss den eigentlich hier aufholen. Warum hole ich den nicht auf? Warum bist du schneller als ich? Boost! Ey, Alter, bin ich langsam. Ich brauche ja Jahre für eine Runde. Aber ist ja auch klar, guck mal, ich habe hier vorne erst so ein Kart, Leute. Das ist ein Spielzeugauto, gefühlt. Ich brauche so ein Lamborghini oder so ein Bugatti, damit ich der schnellste bin, Leute. Ja, wir können uns aber auch krassere Autos kaufen. Das machen wir gleich auch auf jeden Fall. Weil jetzt sind wir noch letzter Platz. Aber guck mal, wir überholen den hier vorne fast. Ich glaube, ich muss mir den Autoklicker oder sowas holen. Zack! Ich brauche mir den Autoklicker, Leute. Ich werde den jetzt schaden. Schnell, 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 Autoklicker, Autoklicker, Autoklicker. So, zack! Jetzt überhole ich den. Komm schon, ich muss den doch überholen! Bitte, ich darf nicht letzter werden! So, und boom, Autoklicker rein! Zack, jetzt habe ich Autoklicker gemacht. Jetzt werde ich richtig schnell, Freunde. Nee, bringt auch nichts. Ich bin trotzdem letzter. Ich bin trotzdem letzter. Ich bin trotzdem... Okay, du cheatest schon wieder. Was soll das denn? Wie? Was wir cheaten, Alter? Ich bin gerade ganz normal auf meinem Auto. Aber ich werde trotzdem letzter. Wie soll ich cheaten, wenn ich letzter Platz bin? Ganz ehrlich, Alter. Bitte, ich muss ihn doch noch überholen. Nein! Nein, das ist so knapp. Ich bin letzter Platz. Freunde, bitte schlecht. Guck mal, was... Oh, der Lamborghini, Alter! Und ich habe so ein kleines Kartlack. Natürlich verliere ich, Leute. Ich brauche ein krasseres Auto. Okay, Leute, ihr seht, wir müssen heute hart trainieren, damit wir auch stark werden. Weil sonst werden wir für immer so schlecht bleiben. Wir werden immer die schlechtesten Rennen sein mit uns. Ist ja auch nicht fair, Leute! Guck mal, was wir für ein Auto haben. Und übrigens, Fakes, Lucky, ganz am Schluss machen wir hier einen PvP-Rennen. Ein Rennen gegeneinander. Oh, yeah. Ich glaube, wir müssen das nicht machen, weil alle wissen, dass ich der Beste bin. Haha! Du bist nicht der Beste? Was redest du? Alter, wie viele Robux kostet das hier bitte sehr? Hier ist das krasseste Auto, Leute. Und das kostet einfach 1000 Robux. Guck mal hier, es gibt richtig viel Geschwindigkeit. Oh, wir können ein paar Geschenke beabspruchen. Mach ich direkt, Freunde. Ah, okay, und übrigens, wir haben jetzt hier vorne so Trophäen gesammelt. Gerade von den Geschenken. Guck mal, wir haben elf Trophäen. Und wir haben eine gerade bekommen, weil wir gewonnen haben. Und mit elf Trophäen können wir uns was kaufen. Jo, wir können uns hier vorne ein Ei kaufen. Let's go. Mal schauen, vielleicht bekommen wir hier ein gutes Pet, womit wir dann mehr Stärke bekommen. Weil ihr wisst ganz genau, wenn wir ein Ei... Oh, ich habe irgendwie so eine Roboter-Katze gezogen. Lass sie mal ausrüsten. Okay, Freunde, wie sieht die denn aus? Jo, lol. Einfach eine Roboter-Katze. Wisst ihr was? Ich kaufe jetzt direkt nochmal ein paar Eier. Weil Pets geben immer richtig viel Plus. Nochmal die Roboter-Katze. Die ist voll schlecht, merke ich gerade. Ja, okay, die ist die schlechteste hier von allen. Oder? Nee, ich habe gerade hier diese... Es gibt viele Katzen. Guck mal, Leute. Es gibt eine legendäre Katze, eine seltene Katze. Welche Katzen habe ich bekommen? Oh, ich habe die schlechteste bekommen. Aber die hier ist ganz okay. Okay, komm, wir rüsten alle aus. Wir haben jetzt die drei Katzen. Was, wir haben vier Katzen? Nein, oder? Haben wir vier Katzen? Hä, hier stehen nur drei, aber hier sind vier irgendwie. Ja, keine Ahnung, Freunde. Auf jeden Fall. Wir haben vier Katzen. Und die machen uns jetzt nochmal stärker, wenn wir fahren, Leute. Die geben uns einen Extra-Boost. Mal schaut mal, wir trainieren mal hier vorne. Wie viel... Ah, hier vorne steht, wie schnell wir sind. Wir sind 71 schnell. Wir müssen aber schneller werden. Oh, guck mal, bei 800 können wir schon beim nächsten trainieren. Also, man muss immer schneller werden. Und ganz am Schluss werden wir der erste Platz im Rennen, Leute. Wir werden heute Platz 1 besiegen. 100 Prozent. Ich mach mal die Musik an und den Ton. Mal schauen, wie das sich anhört. Oh, yeah. Oh, yeah. Okay. Ich mach noch lauter. Hm, okay. Dum, 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 dum. Oh, Sie merken, Tri, ist ja auch hier mit mir. Aber warte, was? Ich bin stärker als du. Nein. Ich bin stärker als du. Nein. Willst du nicht? Oh, man kann sich hier vorne einen Helm kaufen für 100 Stärke. Mach ich direkt. Boom. Jetzt hab ich einen Helm. Oh, yeah. Jetzt bin ich ein richtiger Cruiser. Richtiger Driver. Richtiger Sportwagenfahrer. Yeah, let's go. Let's go. Okay, wisst ihr was? Zack. Wir hören jetzt auf zu trainieren. Wir sind eh schon die krassesten, Leute. Also, wir haben jetzt einen Helm gekauft, Freunde. Und irgendwie backt das rum. Meine Haare sind einfach größer als der Helm. Hä? Was macht das für einen Sinn? Was können wir hier vorne kaufen? Wir können das nächste Auto kaufen. Was, Alter? Jürgen, wie viel? Digga, das kostet doch nicht 200, 300 Robots, oder? Wie viel kostet dieser Lamborghini? Das ist der von dem ersten Platz. Der hatte diese Lamborghini hier, Freunde. Wie viel kostet der? 80.000. Wir haben erst zwei Münzen. Wir haben zwei Münzen und der kostet einfach 80.000. Niemals. Was zum Geier, Leute. Junge, das ist ja unmöglich. Wir haben hier gerade das Snoopcar. Wir haben das Snoopcar, Leute. Wir brauchen aber den Lamborghini, damit wir erst im Platz werden. Okay, wisst ihr was? Wir können jetzt hier vorne schon trainieren. Und hier bekommen wir schon mehr Plus, Leute. Schaut selber. Und boom. Guck mal, jetzt kriegen wir 40 Plus pro Sekunde. Schaut, Leute. Boom. Alter, guck mal, wie sich das jetzt steigert. Wir haben jetzt schon 1300 Geschwindigkeit. Komm schon, wir trainieren jetzt richtig hart. Wir werden nicht aufgeben. Wir werden heute die Stärksten. Was können wir uns... Ah, wir können uns hier vorne den nächsten Helm kaufen für 1.000. Bam. Der macht uns doch mal schneller, Leute. Dieser orangene Helm. Den haben wir jetzt ausgerüstet. Auch ausgerüstet, Leute. Let's go. Jetzt haben wir wieder 1.000 Stärke. Aber jetzt, guck mal, jetzt kriegen wir auch mehr Stärke plus... Ne, 40. Ja, was bringt der Helm eigentlich? Ich check's gar nicht, Leute. Hm. 20 Prozent. Ah. Man kriegt 20 Prozent mehr Siege. Ah, okay. Verstehe. Wiedergeburt. Hm. Kann man auch machen. Aber wir sind auch schon zu schlecht für eine Wiedergeburt. Auf die brauchen wir 5.000 Geschwindigkeit. Und bei Wiedergeburt verliert man seine Geschwindigkeit wieder, Leute. Let's go, Leute. Wir haben jetzt einfach schon 3.000 Stärke. Und können wir mit 3.000 Stärke schon dort vorne trainieren? Nein, wir brauchen 20.000, um hier zu trainieren. Alter, guck mal hier, die Leute. Die haben einfach die krassesten Autos. Junge, ich will auch so krasse Autos. Was soll das denn? Was soll das denn, Leute? Ey, ihr wisst ganz genau, was das für zu tun ist. Wir müssen jetzt richtig hart trainieren, damit wir die Stärkste werden. Aber eigentlich, warte mal. Können wir hier einfach reinscheaten, Leute? Einfach hier vorne so bumm. Äh, Ukri, du kannst nicht reinscheaten. Äh, natürlich kann ich reinscheaten. Go! Das ist unfair, Ukri. Wie hab ich das denn jetzt bekommen? Ich hab einen T-Rex bekommen. Ich hab nicht reingeschichtet. Wirklich. Ich hab den einfach kostenlos bekommen. Lol. Und hier vorne noch ein Dinosaurier. Jo, du kannst hier vorne einfach so Dinosaurier bekommen. Hä, die sind voll OP. Guck mal, die geben 8 Boost mehr. Alter, die sind richtig gut. Guck mal, ich hab die jetzt ausgerüstet, Freunde. Und die machen uns doch schneller. Die einfach so ein T-Rex. Und hier vorne, wie heißen diese einen nochmal? Triceraptus. Ja, Triceraptoren, Leute. Ein Triceraptor und ein T-Rex, Leute. Und mal schauen, wie viel wir jetzt Plus bekommen, wenn wir mit diesen zwei Haustieren hier trainieren. Aber anscheinend sind die richtig gut. So, zack. Und wow. 135 pro Sekunde. Oh, das ist richtig OP, ey. Ihr seid die besten Haustiere, wirklich. Ihr seid richtig korrekt, Alter. Ihr gebt mir richtig viel Plus. Guck mal, wir können direkt den nächsten Helm kaufen. Lass uns den nächsten Helm kaufen. Boom, jetzt kriegen wir noch mehr Siege Plus. Wir haben jetzt so den grünen. Ey, ich will unbedingt hier auf den blauen sparen. Und am besten auf den hellblauen hier vorne für 100.000. Denkt ihr, wir schaffen heute vielleicht diesen krassen Rainbow-Helm hier zu bekommen für 150 Millionen Geschwindigkeit? Alter, ich weiß nicht, ob wir das schaffen, Freunde. Aber ich gebe mein Bestes, damit ich heute das Beste werde. 100 Prozent. Und hier können wir so einen Bär beanspruchen. Wie viel gibt der denn Plus? Yo, 10 Boost, Alter. Let's go. Jetzt haben wir hier einfach so einen Roboter-Bär. Okay, bam. Wir hören mal auf zu trainieren. Weil wir haben jetzt einfach schon 4.000 Geschwindigkeit. Und wir haben hier coole Haustiere. Wir haben hier einfach vier... Hä? Junge, warum backt das so rum? Wir haben hier fünf Tiere ausgerüstet. Lol. Alter, sollen wir uns heute sowas hier cheaten, Leute? Einfach hier so vorne, so ein Himmeler, so eine Rakete als Haustier. Junge, wie krass wäre das denn bitte sehr? Oder wir kaufen uns ein richtig krasses Auto. Können wir auch machen, Freunde. Wie was ist das denn, hä? Gruppenauto? Kaufen? Wie viel kostet das? Achso, wir müssen erst in der Gruppe joinen. Okay, wisst ihr was, Freunde? Wie wir jetzt ein Rennen wieder veranstalten? So, ich mache jetzt das Rennen, Leute. Und let's go. Jetzt werde ich nicht letzter. 100 Prozent. Nimm das, Junge. Boom. Und jetzt post, Junge. Let's go. Ich habe den ersten schon überholt. Oh, ich habe den letzten auch überholt. Alter, ich bin richtig gut geworden, Freunde. Ich bin richtig schnell geworden. Wow. Kann ich irgendwie lenken? Ja, ja, so um die Ecke. Let's go. Live, live. Die Kamera läuft auch. Komm schon. Und boom. Alter, guck mal, wie krass ich jetzt geworden bin. Ey, ich bin jetzt nicht mehr letzter Platz. Ich habe ja schon zwei Leute überholt. Oh nein, der kommt mir wieder näher. Okay. Aber denkt ihr, ich habe den nächsten zu überholen? Der ist ja schon richtig weit. Der ist schon da ganz hinten. Ja, okay. Das schaffe ich wohl nicht. Nein. Ganz und gar nicht gut. Ich dachte, ich werde vielleicht zumindest das Dritte oder so. Aber ich habe erst die ersten beiden überholt. Nein. Ich muss noch schneller werden. Egal. Besser als nix, Leute. Mal schau, wie viele Trophäen wir jetzt bekommen und wie viele Münzen. Weil mit den Münzen können wir uns ja krassere Autos kaufen, Freunde. Da bin ich echt jetzt gespannt, Leute. Und wir sind der fünfte Platz. Aber keine Sorge. Wir werden heute noch der erste Platz. Hahaha. Dich werden wir noch überholen, ja? Den Lamborghini werden wir noch überholen. Warte ab, Alter. So, verlassen, Leute. Okay. Unser Ziel ist heute, den ersten Platz zu erreichen. Wir können den Wiedergeburt machen. Das machen wir direkt, Leute. So, bam. Wiedergeburt rein. Jetzt kriegen wir mehr Geschwindigkeit plus direkt. 198. Boah, das ist richtig OP. Guck mal, wie schnell das jetzt nach oben geht. Und wir holen uns direkt noch einen besseren Helm, damit wir mehr Siege bekommen. Welche können wir? Ja, für 10.000. Ja, okay. Dann würde ich sagen, sparen wir erstmal auf 20.000 direkt. So, let's go. Wir trainieren jetzt ein bisschen, Freunde. Und dann gehen wir hier zum nächsten. Und dort trainieren wir noch härter. Wow, let's go, Leute. Wie strong sind wir bitte sehr geworden. 150.000 Stärke fast, Alter. Was? Hä? Was geht denn da ab? Hahaha. Alter. Ey, Zeraki, siehst du das? Was macht der dort vorne? Äh, wer? Ja, der ist voll am Bang, Alter. Was? Yo, Junge, verrückt, Alter. Okay, Leute, wir werden uns jetzt erstmal hier ein paar Geschenke abholen, weil wir haben jetzt richtig viel Stärke, so, zack. Und jetzt kaufen wir uns einen krasseren Helm. Ich würde sagen, wir kaufen uns direkt den hier für, sollen wir für 100.000 den kaufen? Leute, wir kaufen jetzt den für 100.000, den Helm, Leute. Boom. Genau den wollte ich auch haben, den hellblauen, Leute. Boah, let's go. Jetzt haben wir noch 44.000 Geschwindigkeit, Leute. Ich würde sagen, mit dieser Geschwindigkeit, oh, wir haben auch voll viel. Nein, 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 warte, 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 warte. Wir können ein neues Auto kaufen. Let's go. Let's go, Leute. Let's go, wir kaufen uns das bessere Auto. Wir wollen nicht mal so ein Pupsi-Auto. Wir kaufen uns das bessere, das hier vorne. Bam. Ist halt auch noch Pupsi, ne? Aber egal, wir werden heute noch den Lamborghini kaufen. Okay, ich würde sagen, wir werden jetzt eine Runde fahren mit diesem Auto. Mal schauen, wie schnell wir jetzt sind. So, Naki, ich werde gleich erster Platz vor dir. Nein, willst du nicht, Uri. Junge, Leute, wer ist das eigentlich? Lassen wir jetzt alle ein Like da unten, ein Abo, wenn ihr denkt, dass das auch nicht ist, Naki. In drei Sekunden. Eins, zwei und drei. Nein, Leute. Hä, doch, Leute, das ist nicht so naki. Ey, alle liken und abonnieren, falls ihr wisst, dass es nicht so naki ist. Und let's go. Okay, mal schauen. Okay, okay, let's go. Ja, wir holen den Einer hier auf. Wir haben zwei Leute schon. Ne, wir haben drei Leute schon aufgeholt. Okay, sehr gut, sehr gut. Denk ihr, wir schaffen den da vorne auch schon aufzuholen? Ne, oder? Der ist ein bisschen zu schnell. Der ist ein bisschen zu schnell. Aber wir sind schon vierter Platz, Freunde, wenn wir gleich ankommen. Da sind wir vierter Platz. Nicht schlecht, oder? Jetzt mal ganz ehrlich. Und, hä? Was ist das so? Der war einfach ein Wagen auf der Strecke. Was macht ein Wagen da auf der Strecke, Leute? Okay, vierter Platz. Nicht schlecht. Wir kaufen uns ein besseres Auto. Werden noch stärker. Und dann, Leute, passt auf. Ich werde gleich noch erster. Passt auf. Ich habe es euch gesagt. Let's go, Leute. Ich werde ins Weite trainieren gehen. Oh, und bessere Idee, Leute. Wir holen uns bessere Pads, oder? Weil ich meine... Ey, ich habe eine gute Idee. Lass mal hier vorne einfach so ein geiles Pad kaufen. Guck mal hier vorne. Denkt ihr, das ist gut, Leute? 199 Robux. Okay, wir holen uns hier vorne ein Ei für 70. Das ist auch schon ein bisschen besser. Zack. Kommt schon ein bisschen was Gutes, bitte was Gutes. Und Hund. Episch. Mal schauen, ob der gut ist, Leute. Haustiere. Und 10 Boost. Ja, okay, der ist gar nicht... Ah, doch, wir können ausrüsten. Der ist nicht so schlecht. Okay, nochmal. Und zack. Kommt schon bitte was Besseres. Und schon wieder Hund. Der ist aber nicht so gut, Leute. Okay, wir brauchen ein besseres Pad. Lass uns hier vorne eins für 200 Robux kaufen. Let's go, Leute. Und alle dafür nochmal ein Like und ein Abo dalassen, falls ihr euch getan habt, dass ich jetzt hier 200 Robux ausgebe. Und boom, Freunde, let's go. Bitte was Gutes, bitte was Gutes, bitte was Gutes. Und Katze, selten G-Katze. Mal schauen, ob die gut ist. Und? Ist die gut? Sechsten Boost. Alter, das hat sich ja mal null gelohnt, oder? Das hat sich null gelohnt, Freunde. Egal, Junge. Ich bin auch immer, irgendwie immer, immer pupse ich rein, wenn ich trainiere. Okay, was ist das hier? Ah, wir können schon hier trainieren, oder? 200.000 brauchen wir und beim letzten... Alter, was geht da ab? Ich check's nicht, Freunde. Egal, wir trainieren hier vorne. So, let's go. 100, ah... Oh, 700 Krimi. Wir kriegen schon fast 1.000 Pups pro Sekunde. Das ist richtig OP. Let's go, jetzt trainieren wir ein bisschen. So, Freunde, wir haben jetzt richtig hart trainiert. Wir haben jetzt 500.000. Und jetzt trainieren wir mal hier vorne, weil wir können jetzt schon beim letzten trainieren. So, zack, boom. Und hier irgendwie alles am Rumbacken. Keine Ahnung, aber guck mal hier. Hier kriegen wir etwa 1.500 plus. Was? Alter, wir haben gleich eine Million Geschwindigkeit, Freunde. Denkt ihr... Junge, was geht's hier ab, Alter? Ich... Ey. Wow! Nein! Nein! Ich bin weggekickt worden! Oh. Hallo? Ich hab kein Auto mehr. Hilfe! Wo ist mein Auto hin? Oh no. Bei mir funktioniert gar nichts mehr. Hä? Hä? Dicker! Okay, ich komm gleich wieder, Leute. Junge, wachs ging da ab, Freunde. Keine Ahnung, ganz ehrlich. Aber, wisst ihr was? Wir sind jetzt so schnell, 600.000. Mal schauen, ob wir es schaffen, der Beste zu werden und den ersten Platz zu besiegen. Das wäre mal richtig krass. Wir haben halt nicht das krasseste Auto, aber mal schauen, ob wir mit diesem Noob-Auto schaffen können. Wenn wir es nicht schaffen, dann müssen wir uns ein bestes Auto kaufen. Und... Let's go! Nein! Niemals! Was? Alter! Komm schon! Erster Platz, Alter! Was? Ey, Simlaki, ich bin einfach erster Platz. Nein, bist du nicht, Jukri. Junge, ich... Was für bin ich nicht, Alter? Die Leute haben es auf Beweis, Alter. Und guck mal, was du für ein Noob-Auto hast. Ich hab schon das Auto hier. Ey, Leute, und wisst ihr was? Ich glaub, wir können uns jetzt ein besseres Auto kaufen. Ich wollte ja heute noch den Lamborghini haben, aber ich bin hier einfach schon erster Platz, Alter. Easy. Obwohl ich mal das krasseste Auto hab. Was können wir das für ein Auto kaufen? 40... Digga, das kostet 80.000 Auto, oder was? Das Erste. Junge, wie viel ist das bitte sehr? Okay, egal. Wir können uns hier vorne das letzte Auto kaufen. Ich würd sagen, wir kaufen uns direkt das hier vorne. Und... Boom, let's go! Ich glaub, es geht auch in eine neue Welt, Freunde. Oh, jetzt hab ich schon mal ein richtig cooles Auto. Das sieht auch schon ein bisschen cool aus, Leute. Nicht so wie ein Noob-Auto wie davor. Also, ich glaub, wir können schon in die nächste Welt gleich. Aber... Ah, da vorne. Okay. Aber ich würd sagen, in die nächste Welt gehen wir erst im nächsten Video, Freunde. Also, falls ihr noch eine Folge sehen wollt, wo wir in der Wüstenwelt alles Hopsteam, alle anderen Autos, dann lasst jetzt mal alle ein Like da unten, ein Abo und aktiviert die Glocke, um keine weitere Videos zu verpassen. Ich würd sagen, wir fahren hier nochmal und... Ey. Hä? Junge, bin ich grad langsamer als davor? Oh, nee. No, 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 no. Ich schaff es. Ich schaff es, Freunde. Alles gut. Und mit dem Nitro schaff ich es, Freunde. Und... Oh, das war knapp. Aber ich hab's geschafft, Freunde. Ich bin wieder im ersten Platz. Und ich würd sagen, ich mach jetzt gegen den Fake Simlaki. Ey, hör zu. Fake Simlaki. Wenn ich jetzt gewinne, dann gibst du Simlaki seinen Account zurück, okay? Äh, nein. Ich gewinn niemals seinen Account zurück. Äh, warte, warte, warte. Komm her. Wir machen jetzt ein 1-1 im Rennen. Und ich würd sagen... Komm, komm. Wo bist du, Fake Simlaki? Äh, wo bist du denn Fake Ukri? Was für Fake Ukri? Ich bin doch nicht... Leute, jetzt sagt er, ich bin Fake. Komm mal hier vorne zu der Garage. Komm mal dahin. Komm mal zur Garage. Wo bist du? Wo ist Fake Simlaki, Leute? Ich bin nicht Fake Simlaki. Du bist Fake Ukri. Ah, da bist du ja. Komm mal mit, komm mal mit. Folg mir mal. Let's go, Junge. Jetzt zeige ich dir, wie ein richtiger Profi dich hopsen, Alter. Laber mich nicht voll. Hier, komm. 1-1. Achso, das geht noch gar nicht. Das ist erst im Nächsten. Oh. Egal, ich bin trotzdem besser. Komm, wir machen jetzt hier vorne ein Rennen. Okay, 1, 2, 3 und los. Let's go. Ich überhole dich. Ich bin scheiße, du. Du Noob, Alter. Du Noob, Junge. Und Leute, ich hole mir jetzt den krassen Helm. Proben. Let's go. Okay, Freunde, lasst ein Like, abonniere den Kanal, aktiviert die Glocke, falls ihr wollt, dass ich den Lamborghini kaufe und in die nächste Welt gehe. Und jetzt würde ich sagen, drückt auf die nächste Folge, schnell, schnell, schnell und du musst jetzt dem Nacki seinen Account zurückgeben. Schnell. Nein, ich gebe ihm niemals seinen Account zurück. Ey. Ciao, Ufri. Dein Ernst. Der hat einfach den Erkauf und den Nacki gehackt. Naja, checkt mal den Nacki auch übrigens ab. Und jetzt auf das nächste Video drücken. Schnell.